Warum kriegst du die da mit dem Spoon? Läuft der Spoon zu tief? Der Spoon läuft zu tief. Oder die wollen die nicht. Die Bade treibt einfach Mutter vor sich hin. Naja, die Dümpel bloß. Die nimmt sie mit, die treibt ein bisschen Probleme. Die Spoon ist recht schnell. Meine Spoon ist so hektisch. Was ist denn neu? Wie ist Schluss, sagst du? Die machst du nicht. P-Dreh. Vielen Dank.